Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist Samstag, also ist wieder Zeit für ein Samstag-Sammlungsvideo und heute zeige ich euch meine komplette Parfümsammlung. Also wenn du Bock drauf hast, dich mit mir hier zusammen ein bisschen durchzuschnuppern, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir eine kleine Sache zum Verlosen überlegt und zwar habe ich jetzt leider nicht irgendwie ein Parfüm oder sowas da, aber ich habe so ein Set von Boss und zwar sind das zwei verschiedene Body Lotions. Einmal ist das das ganz normale Boss The Sand For Her und einmal das Boss Marie und das sind zwei Body Lotions und ja, die sind in diesem Set drin. Alles was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox drin. Schau da gerne einfach mal vorbei und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich habe mir hier so ein Pöttchen hingestellt mit Kaffeebrött. Ich habe das Fenster aufgemacht, ich hoffe es ist nicht allzu laut draußen, aber wir haben es jetzt so kurz vor sechs, das heißt die Leute werden jetzt Abendbrot essen, dann sind die nicht mehr so im Garten am Wuseln. Ich glaube es ist jetzt die perfekte Zeit, um dieses Video zu drehen. Und ja, dann starten wir jetzt einfach mal. Kaffeebrött übrigens, um die Düfte zu neutralisieren und mein Duftgedächtnis, ich weiß nicht wie man das nennt, nicht überzustrapazieren. Das habe ich gelernt, weil bei Douglas haben die auch sowas stehen und dann habe ich mich immer gefragt, warum das ist und dann habe ich die Leute gefragt und dann haben die mir das erzählt. So, manchmal hilft es, wenn man fragt. Als erstes habe ich hier ein Produkt, ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Das heißt Sweet, also von welcher Marke, weiß ich nicht. Das ist, weiß ich nicht, Lola Lemplica oder so ähnlich. Ich glaube, das hatte ich in einem Trash-Paket drin. Ich fand einfach diesen Apfel so schön. Ich glaube, ich habe das nie wirklich benutzt. Da ist hier auch einfach so ein Herzchen drauf. Und ja, man kann es halt theoretisch brühen, aber wenn ich jetzt alles sprühe, dann rieche ich gar nichts mehr. Das ist halt super süß. Es riecht wirklich nach Apfel, nach süßem Apfel. Und das ist ein Herz und das ist niedlich und das ist hübsch und das gefällt mir. Ja, deswegen ist es da. Das ist eigentlich der perfekte Sommerduft. Der riecht tatsächlich ähnlich wie der Duft, den ich aktuell verwende, der auch so mein Sommerduft 2019 war und jetzt auch wieder für 2020 für meinen Frühsommer ist. Den habe ich von der lieben Jana mal geschenkt gekriegt. Ja, White Swan Beauty. Da ist nicht mehr so ultra viel drin, den trage ich auch gerade drauf. Der ist sehr floral, aber auch sehr fruchtig. Sehr, sehr sommerlich und ich mag den richtig, richtig gerne. Und ja, da ist noch ein bisschen was drin. Da werde ich noch ein bisschen Spaß mit haben. Aber den trage ich halt wirklich täglich. Der ist sehr unaufdringlich, um das mal so zu sagen. Also einerseits positiv, das heißt, man kann ihn auch super im Büro tragen. Andererseits ist es ein bisschen, der verfliegt halt ultra schnell. Deswegen sprühe ich davon auch ein bisschen mehr auf, als jetzt von anderen Parfums, die halt deutlich länger halten und gehaltvoller sind, um das mal so zu sagen. Wenn ich zum Beispiel das Narciso Rodriguez Vorhör nehme, das ist dieses hier, das habe ich von einer Freundin einer ehemaligen Schulkollegin geschenkt bekommen. Genau, die hatte das nämlich aussortiert und das habe ich bekommen. Da habe ich auch noch ein anderes von ihr. Vielen, vielen Dank nochmal. Genau, das hier ist wirklich, du sprühst nur einen Sprüher auf und dieser Duft sitzt. Der bleibt. Der geht nicht weg. Und der bleibt auch wirklich den ganzen Abend oder einen halben Tag, würde ich schon sagen, dass er dann da ist. Ja, mag ich unheimlich gerne. Muss man halt dosiert verwenden, ansonsten bekomme ich da Kopfschmerzen von. Das ist nicht so schön, aber der ist unfassbar schön weiblich. Das ist so ein Hauch Moschus ist da, glaube ich, auch mit bei. Also auch ein bisschen schwerer. Also eigentlich eher einen Abendduft, den würde ich zum Beispiel nicht im Büro verwenden. Dafür wäre der mir einfach zu da, zu intensiv, zu massiv. Aber ich finde den sehr, sehr angenehm und ich mag den einfach. So als Abendduft vor allem. Es ist echt ein ganz, ganz klasse, toller Duft. Ja, der Flakon löst sich irgendwie gerade auf. Ich weiß nicht, warum. Übrigens, meine Parfumflaschen habe ich alle bei uns im Badezimmer in meinem Spiegelschrank stehen. Dadurch, dass der Spiegelschrank aber meistens geschlossen ist und halt kein Licht drankommt, halten sich die Düfte auch. Also bei mir ist noch nie ein Duft gekippt, glaube ich. Bei mir, also jedenfalls nicht, seitdem ich die so halte, wie ich sie halte. Ich halte sie nicht, das sind nicht meine Haustiere, aber seitdem ich sie so aufbewahre, wie ich es tue. So. Genau, damals habe ich tatsächlich auch mal Düfte einfach so auf einem Regalfach gehabt und da war dann halt auch Sonnenstrahlung. Und man sieht, dass die Düfte kippen zum Beispiel daran, dass die sich einfach verfärben. Dann sind die nicht mehr so klar, sondern gelblich oder so. Und dann ist es eher alkoholisch auch vom Duft her. So, ich muss jetzt mal kurz, weil dieser Sweet-Duft gerade seine Herznote versprüht, mal am Kaffee riechen, um mein Nieschen etwas zu neutralisieren. So, der nächste Duft, den ich habe, das ist eigentlich auch eher so ein Abendduft, aber einer für so Mädelsabend und nicht so, also für lustige Abende. Es ist, ich habe Düfte viel so mit Stimmung verbunden, sage ich mal. Also, wenn ich einen Mädelsabend habe oder, keine Ahnung, irgendwas mache, wo ich Spaß habe, wo ich, ich habe eigentlich immer Spaß, wenn ich abends weggehe, wenn ich weggehe, aber, ne, trotzdem ist es halt ein sehr, sehr süßer Duft, Mann. Paco Rabanne Pure XS. Paco Rabanne. Paco Rabanne. Genau, das ist der hier. Das ist auch die kleine Variante davon. Ich brauche nie diese riesengroßen Flakons. Der ist halt echt süß, aber so weiblich süß. Der ist jetzt nicht so süß wie zum Beispiel der Sweet, ich nenne ihn einfach mal Sweet Apple, okay, weil das ist ein Apfel, Sweet Apple. Genau, also so süß ist der nicht, aber der ist etwas verspielter. Ja, ich glaube, verspielt kann man das nennen. Das hat nicht, also das ist jetzt nicht so diese pure Weiblichkeit, die ich zum Beispiel durch dieses Narciso Rodriguez bekomme, sondern es ist eher so dieses Mädchenhafte, etwas niedlichere. Das bekomme ich mit diesem Duft. Und wenn ich eine etwas feinere Note haben möchte, etwas weiblicher, nehme ich ja entweder das Narciso Rodriguez oder ich nehme dieses hier, das ist Sweet Hope. Das ist ein Dupe-Parfum. Das kann man, das ist von Larive, glaube ich, kann man im DM und im Rossmann kaufen. Ich weiß aber nicht mehr, zu welchem Duft das sein soll. Das ist für mich ein edler Duft, der aber nicht zu massiv ist, so wie das Narciso Rodriguez, sondern auch etwas subtiler. Der hält ja auch nicht so Ewigkeiten, weil das ja ein Dupe-Gedöns ist. Und das ist halt auch so ein bisschen, ja, wie beschreibe ich diesen Duft? Er wachsener als das Paco Rabanne Pure XS, aber auch nicht so, dass er so schwer wäre. Der ist so... Mit einer leicht blumigen Note einfach mit dabei. Der ist auch ein bisschen süßlich, auch ein bisschen femininer, aber nicht schwer feminin. Das ist schwer zu beschreiben, aber er riecht wirklich gut. Gut, ich glaube, Sweet Poison ist davon das... Also, der ist das Dupe von Sweet Poison, oder? Kann das wohl sein? Ja, ich glaube schon. Oh, ich muss gleich niesen. Ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Suchti mit meinem Kaffee hier. Aber es tut gut. Es hilft wirklich gut. Ein Parfum, was ich auch toll finde, aber was für mich auch so ein Parfum ist, was ich gerne im Büro trage und auch tatsächlich im Alltag, ist von Yves Saint Laurent das Black Opium. Das finde ich nicht zu aufdringlich, aber auch nicht zu subtil. Das ist so, wenn ich zum Beispiel auf eine Messe gehe. Also, wenn ich beruflich unterwegs bin und dann habe ich halt gerne einen etwas edleren Duft drauf. Oder wenn wir auf Geschäftsreisen sind, wenn wir Teamveranstaltungen haben, dann greife ich dann gerne zu diesem Duft, weil der halt schon so ein bisschen auch vom Duft her sagt, ich bin teuer. Also, quasi, der Duft ist teuer. Andererseits aber halt auch irgendwie was Interessantes mit dabei hat. Deswegen mag ich den Duft sehr gerne. Der riecht nämlich nicht ganz so weiblich, aber auch nicht männlich. Also, das ist so ein ganz aufregender Duft. Ich finde den Flakon übrigens auch richtig, richtig schön. Der hat auch was leicht Säuerliches mit dabei, was leicht Fruchtiges. Also, etwas sehr, sehr Interessantes, finde ich. Und deswegen, wie der Name schon sagt, Black Opium. So ein kleines Suchtgefahr bekommt man bei diesem Duft. Ja, ich mag den richtig gerne und wie gesagt, trage den auf den genannten Events gerne. Ein Duft, den ich sehr, sehr gerne trage und den ich auch schon öfters mal leer gemacht habe, ist von Lancome das La Vie I Belle. Das ist ein klasse Duft, den habe ich auch tatsächlich in diesem Geschenkpaket bekommen. Und das ist auch so für mich ein Duft, wenn den jemand drauf hat, man weiß direkt, welcher Duft das ist. Das ist so der Weiblichkeitsduft. Den trage ich zu allen möglichen Anlässen. Also, egal, ob ich zur Arbeit gehe, ob ich abends rausgehe, wenn ich abends rausgehe, ob ich mit meinem Freund essen gehe, ob ich mit meinen Eltern essen gehe, separat voneinander, weil getrennt. Aber, ne, ich glaube, der hat sich tatsächlich auch ein bisschen verfärbt, aber ist nicht schlimm. Der riecht trotzdem immer noch richtig toll. Wie lässt sich La Vie I Belle beschreiben? Das Leben ist schön. Das Leben ist blumig. Das Leben ist erwachsen, leicht säuerlich. So riecht das für mich. Und das ist auch ein sehr haltbarer Duft, was ich wirklich gerne mag und den ich auch einfach wärmstens empfehlen kann. Und, ja, ein toller Duft. Ja, leckerer Duft. Nom, nom. Genau, genau. Etwas, was ich mit einer Geschichte verbinde, was ich, glaube ich, auch in meinem letzten Parfümsammlungsvideo erzählt habe, ist dieser Duft. Goldea von, ich vergesse immer wieder, Bulgari. Bulgari? Bulgari? Heißt das so? Dann mit diesem V als U. Auf jeden Fall ist das ein Duft. The Roman Knight, genau. Das habe ich mir damals gekauft, als ich eine schwierige Phase hatte und meinen Job verloren habe. Ich glaube, vor vier Jahren war das ziemlich, oder vor drei Jahren? Ja, vor drei Jahren war das. Und, ja, da ging es mir dann halt auch wirklich schlecht. Und dann habe ich ein bisschen Geld zur Seite gelegt und gesagt, komm, scheiß drauf. Ich möchte mich wieder fühlen wie eine normale Frau, weil ich mich irgendwie zwei Wochen lang auch echt gehen lassen habe und mir ging es nicht gut. Ich war echt fertig mit der Welt. Ähm, genau. Und dann bin ich zu Douglas gegangen und habe mir dieses Parfüm geholt. Und ich glaube, das hat auch irgendwie 50 Euro gekostet oder so. Und ich wollte einfach wieder normal werden. Ich habe mich endlich wieder geduscht. Ich habe mich wieder geschminkt. Ich habe was aus mir gemacht. Ich bin wieder klargekommen und habe mir dann diesen Duft geholt. Es hört sich bekloppt an. Aber es ist so. Und habe mich dann auch wieder so ein bisschen wertvoller gefühlt. Es hört sich doof an. Aber es ist so. Und deswegen, ja, mag ich dieses Parfüm sehr, sehr gerne. Und werde auch, wenn es leer ist, diese Parfümflasche immer wieder behalten. mir immer wieder anschauen und immer wieder an diese Zeit zurückdenken. Weil das so dieser Moment war. Claudia, krieg deinen verdammten fetten Arsch hoch und mach was. Genau. Dann habe ich mich hingesetzt, ganz viele Bewerbungen geschrieben und habe danach meinen absoluten Traumjob bekommen. So. Nur mal so. Und deswegen ist das einfach für mich so dieses Parfüm, dieser Duft, wenn ich ihn trage, von Wandlung, von Veränderung, von Motivation. Es ist jetzt kein ultimativ krass toller Duft, Leute. Wirklich nicht. Wirklich überhaupt nicht speziell oder so. Das ist auch irgendwie überhaupt nicht mehr mein Duft, wenn ich das jetzt so mal rieche. Den habe ich schon länger nicht mehr getragen, weil ich nicht mehr so viel Verwandlung in meinem Leben habe. Veränderung. Ja, der ist fruchtig, ja, aber halt auch, also der ist auch nicht schwer, der macht keine Kopfschmerzen. Das ist so ein relativ nichtssagender Duft, aber er erinnert mich einfach an die Zeit, dass ich meinen Arsch hochgekriegt habe und dass ich endlich was gemacht habe. Und das war gut so. Ja, denn ich hatte davor auch einen Job gehabt, der mir nicht gut getan hat. Ein halbes Jahr ungefähr, kurz vor der Probezeit, Ende, wurde ich gekündigt. Das hat mir einfach mental auch nicht gut getan. Und das erinnert mich so ein bisschen auch wieder dran, an mich zu glauben und die Träume durchzusetzen, die ich habe und das zu machen, was ich will. So, gut. Das ist auch gut zu wissen, ne? Ja. Dann habe ich ein paar Parfums, die ich jetzt nicht so unbedingt oft getragen habe. Die habe ich einfach mal in der Box oder so drin gehabt, aber noch nicht so wirklich oft getragen. Da habe ich jetzt noch nicht so die Story zu, die ich euch erzählen kann. Sorry. Einmal Jette Signature. Das ist dieser hier. Das ist so ein Deo-Roller. Ja, der riecht halt sehr, sportlich, würde ich sagen. Ja, eigentlich eher so ein sportliches Parfum. Nichts aufregendes. Dann habe ich hier einen Duft, der war mal in der Pinkbox, glaube ich, mit drin. Spirit of Delicate Blush. Das ist dieser hier. Ja, den habe ich auch noch nicht so häufig verwendet. Den habe ich ab und an mal auf der Arbeit verwendet, weil der halt günstig war. Dann konnte man den mal nehmen. So ein bisschen floral riecht der auch. Das ist nichts Spektakuläres. Ja, floral süß. Aber jetzt nichts, was mich umhaut. Dann habe ich hier eins. Das habe ich aus dem Es-Oliver-Adventskalender. Das Soapure. Das ist auch sehr sportlich, aber gleichzeitig auch floral. Das mag ich vom Duft recht gerne, weil das halt auch so pudrig ist. Ja, das ist sehr, sehr dezent und macht halt bei mir auch keine Kopfschmerzen. Und das mag ich dann ganz gerne. Das habe ich so, wenn ich zu meinen Eltern fahre und einfach mit denen irgendwie Kaffee klatschen mache oder so. Dann habe ich ein Parfum, was im Douglas-Adventskalender drin war und zwar von Ava Crombie & Fitch. Das First Instinct. Das ist auch ein gutes Parfum, aber jetzt nichts, wozu ich halt bewusst greife. Das riecht so fruchtig floral auch wiederum. Das sind halt so hauptsächlich auch die Düfte, die ich gerne mag. Hat auch schon ein bisschen was Frisches mit dabei, aber ist jetzt irgendwie für mich kein, dass ich das mit irgendwas verbunden habe. Duft deswegen nicht so ein umhauender Duft für mich. Dann habe ich hier noch einen Duft und zwar von Evora, das Felicite Woman. Das war auch mal in einer Box mit drin. Und das ist super teuer. Ich glaube, in einer Goodie-Box war das mit drin. Das riecht richtig gut. Das ist so ein Unisex-Parfum. Das heißt, du hast ja auch einen Hauch Moschus mit dabei. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil ich das so interessant finde. Und das ist eher so ein Winterduft für mich, weil es halt auch schon etwas schwerer ist. Durch diesen Moschus finde ich Frauen oder Parfums mit Moschus, die Frauen tragen, nicht so geeignet für den Sommer, also bei mir auf jeden Fall, weil da bin ich tatsächlich sehr floral und sehr, sehr süß unterwegs. Das ist ehrlich gesagt wirklich so ein Winterpaar- oder Herbst-Parfum. Herbst, auf jeden Fall Herbst. Ja, weil du den Moschus halt richtig doll durchriechst. Und es ist halt, wie gesagt, so ein Unisex, obwohl hier Woman draufsteht. Ich würde es halt auch als Mann, wenn ich ein Mann wäre, was ich nicht bin, tragen. Dann habe ich hier noch ein Parfum. Das ist eigentlich der Duft von meinem Stiefpapa, nur halt in der weiblichen Form. Deswegen muss ich da immer an ihn denken und finde das unfassbar witzig. Mercedes-Benz Woman oder Parfum for Woman. Das habe ich meiner Mom auch mal geschenkt. Das hier ist jetzt eine Rolle. Und das ist halt, ja, ein intensiver Duft, also ein schwerer Duft, finde ich. Aber jetzt nicht unbedingt so mein Signature-Duft. Ja, nicht ganz so meine Welt. Dann habe ich hier einen etwas leichteren, und zwar Cashmere Pearl von Imasan. Das hatten wir kürzlich erst in der Pinkbox mit drin. Das ist wirklich ein sehr, sehr pudriger, sanfter Duft, den ich auch gerne mag. Ja, den mag ich wirklich gerne. Am Anfang riecht er sehr alkoholisch, da muss man immer ein bisschen den Alkohol verfliegen lassen, und dann kann man halt die richtige Note erst richtig riechen. Und dann riecht er halt sehr floral, sehr pudrig und so. Wirklich passend für Frühling, Sommer. Ich gucke gerade nach da vorne, weil da ist das Fenster und da zwitschern die Vögel. Genau. Das passt dann auf jeden Fall sehr gut in die aktuelle Zeit, aber ich brauche ja noch das von Michalski auf. Dann habe ich hier 4711 Aqua Colonia. Das hatte ich von Lea im Adventskalender, das muss ich noch unbedingt umfüllen. Ja, ist süß, ne? White Peach in Koriander ist da die Duftrichtung. Das ist halt leider noch nicht in der Pumpe. Es riecht halt wirklich angenehm nach Pfirsich und nach Koriander, aber nach Koriander nur ganz, ganz dezent. Das heißt, ich habe hier dieses Fruchtige, was ich sehr gerne jetzt auch im Sommer, im Frühling, Sommer mag. Deswegen wird es auch noch umgefüllt, aber ich habe noch ein paar, die ich vorher auch brauchen möchte. Dann habe ich hier einen Duft, den habe ich schon mal leer gemacht und den hatte ich jetzt auch noch letztens erst. War das nicht auch in dem Paket, wo das Narciso mit drin war? Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall von Rituals ist es dieses hier, die, ja, rosa Variante, davon sage ich jetzt einfach mal dazu, Fleur de Limala, ja. Genau, das ist ein schöner Duft, das ist sehr, sehr blumig, sehr, sehr angenehm, mag ich unfassbar gerne. Habe ich auch schon letztens leer gemacht. In diesem großen Paket, was ich halt von der Narciso Rodriguez Lady bekommen habe, ich will ihren Namen hier nicht sagen, habe ich auch noch bekommen in einer Riesengröße, das Softly von Jaysander. Das ist ein sehr, sehr sportlicher, aber gleichzeitig auch leicht floraler Duft, den ich wirklich gerne mag, aber noch nicht richtig gut benutzen konnte. Das ist halt wirklich auch ein Duft, den ich gerne tragen würde, im Büro zum Beispiel, weil man damit halt auch die Kollegen nicht unbedingt einnimmt, sage ich mal. Ein sehr, 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 sehr sanfter Duft und das gefällt mir einfach gut und das ist passend fürs Büro. Ja. Hat dann auch wirklich noch so eine frische Unternote mit dabei, das finde ich auch ganz interessant. Riechen wir doch mal am Kaffee. Ich kriege jetzt Bock auf Kaffee trinken, aber es ist Viertel nach sechs und das ist einfach zu spät für Kaffee. Gut, dann habe ich hier noch ein paar von, was ich letztens erst in der Box drin hatte und auch schon mal leer gemacht habe und zwar von Elizabeth Arden, das White Tea in der Farbe Wild Rose, Farbe vor allem, ne? Duftrichtung und das in der Duftrichtung Wild Rose habe ich noch nicht leer gemacht. Das ist halt so volles Suppe Rosenduft und das mag ich richtig gerne. Oh, das ist Rose pur. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn ich mit meinem Freund einfach nur so rausgehe und wir an einem See oder so spazieren gehen, einfach in der Natur sind. Klar benutzt man da nicht unbedingt Parfum, aber ne? Und dann nachher sich in eine Eisdiele setzt. Oh, das kann ich mir da gut vorstellen. Dann habe ich hier ein kleines Parfum von Clinique und zwar das Happy. Das ist nicht unbedingt der Duft, den ich absolut liebe. Das ist einfach nur toll und da, weil es im Adventskalender war, das hat sich gereimt, und weil der Happy drauf steht. Und wenn der Duft Happy heißt, mag ich das. Ich glaube, das roch irgendwie ein bisschen nach Orange oder so. Ja, das hat so einen Mandarineduft. Also nicht dieses säuerliche Orange, sondern dieses etwas süßlichere Mandarine. Ist auch super lecker. Ja, ne? Dann habe ich hier von S.Oliver Your Moment. Das ist dieses Parfum. Ich glaube auch, das hatte ich mal in einer Box mit drin. Das ist halt auch vom Namen her, ne? Dein Moment. Ja. Hat aber was leicht Herbes auch mit dabei. Das wird Alkohol etwas verfliegen. Oh, puh! Das ist aber zu tief eingeatmet gewesen, Claudia. Ganz ehrlich. Geiler Move hier. Sorry. Ja, das riecht einfach sehr, sehr sportlich und sehr langweilig. Ja. Langweilig tatsächlich. Aber für haben und wenn man mal Parfum braucht, um einfach irgendwie ein bisschen Duft zu haben, ist es ganz gut. Dann habe ich hier etwas, das war auch in der Box mit drin, von Michalski Berlin. Das ist dieses hier. Das Summer habe ich ja von ihm und das hier ist die Duftrichtung. Weiß ich nicht. Einfach nur Michalski Berlin. Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Ich finde den Flakon so schön. Oder? Ich mag dieses Design. Ich glaube, das roch jetzt auch nicht so ultra krass. Das ist halt auch so ein ganz normaler Duft. Also ein bisschen floral ist der, ein bisschen herber, ein bisschen weiblicher und auch ein bisschen schwerer. Aber ja, jetzt nicht so etwas, wo ich sagen würde, den riechst du unter 1000 Düften unbedingt raus. Das ist einfach ein 0815 Duft. Ja. Aber er ist da und man kann ihn halt verwenden. Dann habe ich noch zwei Produkte von Juniper's Lane. Das sind diese zwei. Die waren beide in Boxen mit drin und sind bei mir. Einmal die Duftrichtung Moonflower. Ich mag diese Flakonart übrigens richtig gerne. Dieses Eckige, das ist einfach auch gut zum, für, zur Aufbewahrung, sage ich mal, weil ich bin ja ein sehr ordentlicher Mensch und ich mag klare Linien und Strukturen. Genau. Das ist dann halt eher der etwas blumigere Duft und das andere ist eher der etwas sportlichere Duft. Wie stehst du eigentlich zu Parfums in Beautyboxen? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich finde es immer unheimlich schwer, das richtige Parfum reinzumachen, weil ich finde, dass jede Nase anders ist. Und da das perfekte Parfum reinzupacken, was der Masse gefällt, ist super schwer. Also immer Hut ab, wenn die es machen, dass sie da einen Parfum reinpacken. Manchmal gefällt es mir tatsächlich auch sehr gut. Ja. Ein sehr dezenter Duft. Blumig. Einfach nur blumig. Das beschreibt es ganz gut. Ich kann nicht mal sagen, nach welcher Blume das riecht. Nach einer Blume halt. Ja, und das ist ja halt, wie gesagt, etwas sportlicher. Ich glaube, als ich den das erste Mal getestet habe, habe ich auch gesagt, oh, das riecht sogar ein bisschen nach Wald. Das ist das Wonder Leaf. Ja, nee, das riecht einfach nur sportlich, finde ich. also jetzt nicht irgendwie ganz aufregend und auch wieder sehr, sehr dezent vom Duft her. Das sind halt eher so Body Sprays, würde ich persönlich so benutzen. So, und das letzte, was ich hier drin habe, ist eins, was ich jetzt just, wenn gerade geschenkt gekriegt habe, zum Geburtstag. Vielen, vielen Dank an Dr. Pierre Rico. und zwar ist das dieses Parfum Rosa Folia Nummer 2, ein Eau de Parfum und zwar, ja, ist es dieses hier. Genau, und das soll halt nach Rose riechen. Und das machen wir jetzt heute zum ersten Mal zusammen auf. Die Verpackung ist schon mal schön, das gefällt mir, dieses weiße und dann hast du da diese eingestanzten Folien, aber gut, diese Pappverpackung bewahrt man ja nicht auf. Was zählt, ist der Flakon und der sieht schön aus. Das ist halt auch wieder so ein leicht eckiges Design, das gefällt mir, das ist hübsch. Das Produkt an sich ist rosa, hier vorne drauf ein schlichtes Design, das finde ich klasse und der wird nach Rose duften. Den werde ich jetzt austesten. Oh ja. Nach frisch geschnittenen Rosen riecht das. Auch wieder eher ein etwas leichterer Duft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der lange hält. Ich glaube, das ist auch eher so ein dezenter, leichter Duft von Rose, den du dann über deinen Körper geben kannst oder halt an die entsprechenden Stellen an deinem Körper. Aber sehr, sehr angenehm. Überhaupt gar nicht Kopfschmerzen verursachend. Mh, riecht gut. Ja, ihr Lieben, das war jetzt meine Parfumsammlung. Puh, ich muss sie gleich erstmal durchlüften und wow. Genau, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit der ganzen Sammlungsgeschichte. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.